Hallo Nation, schauen Sie sich einfach diese Aussage von Terzic an, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, der Oktober bereitet dem Management von Borussia Dortmund Probleme. Kurz nach der Reise der deutschen Mannschaft in die USA spielen die Auri Negros in der Bundesliga gegen Werder Bremen Dadurch bleibt herausragenden internationalen Spielern wenig Zeit zur Regeneration, weshalb sich Edin Terzic einen anderen Kalender wünscht. Es ist etwas, das nicht in der Hand der Trainer liegt. Aber es ist logisch, dass wir gerne ein anderes Zeitfenster hätten, äußerte Trainer Edin Terzic seinen Frust über diesen unglücklichen Zeitplan. Laut Bild-Zeitung hat Sportdirektor Sebastian Kehl Kontakt zur deutschen Fußball-Liga, DFL, aufgenommen, um über einen Transfer nachzudenken. Dem Bericht zufolge sind die Chancen jedoch gering. Dem Bericht zufolge mangelt es dem BVB an schlagkräftigen Argumenten, während die DFL und der Streaming-Dienstersohn darauf bestehen müssen, dass es zu keiner Verschiebung kommt, weil es wirtschaftlich gesehen ein attraktives Spiel sei. Aus sportlicher Sicht wäre es für die Schwarz-Gelben allerdings ein Rückschlag. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.